Die sind hier ganz alleine heute, sind hier ganz alleine irgendwie, kommen gar keine Hunde vorbei. Ich dachte genau, der Popo, dieser Popo. Yes. Die ist so sicher, finde ich, oder? Ich habe aber keine Brille ansehen. Ja, gut. Mit so einer Dudel-Kamera. Oh, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Schauen wir jetzt mal was von ihm. Von ihm in Bewegung. Jetzt muss ich nur rauskriegen, wie man die einstellt. Diese YouTube-Dinger. Kennst du dich da aus? Ich hab's ja nicht probiert, aber ich glaube, die soll ich einsteigen. Die Mora, die ist so doof. Mit der kann man nichts anfangen. Wackel. Naja. Naja. Vielen Dank.